moin liebe angelfreunde und herzlich willkommen zur heutigen session getreu dem motto der frühe angler fängt den fisch sind wir heute schon vor mitternacht hier an unserer stelle angekommen um gemeinsam in den neuen tag zu starten und hier mit ein paar schönen ködern bekannten ködern auf ein paar altbekannte freunde nämlich aal muttern steinburtscholle und ähnliche kleinfische zu angeln unser setup sieht heute wie folgt aus ich habe mich bewusst für etwas leichtes entschieden wir sind mit 45 zu 36 kilo unterwegs ein 4 0 fisheye habe ich hier drauf gemacht mit dem gelben maggot als test sozusagen und ansonsten gehen wir mit aber den haken rein verschiedene maggots in schwarz mit schwarzer perle weiß mit weißer perle rot mit roter perle um einfach mal wieder hier unseren spot auszukundschaften ich bin jetzt schon seit einer geraumen zeit nicht mehr hier gewesen zwischendurch lief es gar nicht ich denke vielleicht haben wir heute mehr glück auf jeden fall werden wir hier mal ein bisschen aufräumen uns anschauen was geht so und ich würde sagen legen wir direkt los viel spaß fängt doch direkt schon mal gut an hier mit 668 gramm aal mutter starker einstieg sehr starker einstieg ich hoffe da gibt es noch mehr von nachts um halb eins sehr cool hätte ich jetzt nicht mit gerechnet dass es auch so gut geht wow nächster bis jetzt geht der hintereinander jetzt gerade kommt schon die nächste 221 hey hey ich muss gar nicht so weit raus das geht auch so ganz gut nur so ein bisschen mit rechter maustaste hoch zu bilden ab und zu mal nachspannen da kommen schon die bisse rein ich sag mal für den auftakt hier ist das gar nicht so verkehrt ne direkt erstmal zwei aal muttern zum anfüttern des anglers kann man machen und da kommt keine aal mutter aber ein kilo seeskorpion auch gut so weit kommen wir gar nicht raus sehe ich hier also man könnte theoretisch natürlich dann vorne noch mal den fischei ein bisschen stärker wählen ein bisschen schwerer aber ich sag mal so für die ersten paar meter kriegen wir zumindest schon mal was dran an die angel ist auch mal wieder schön im hafen zu stehen muss ich sagen immer draußen unterwegs zu sein erstens wir haben hier kein ticket was wir ziehen müssen zweitens wir fangen auch so ganz interessant ist allein die 600 gramm und der aal mutter die dürften wahrscheinlich wieder so 20 30 silber bringen Bin ich mir eigentlich relativ sicher Wenn man davon mal ein paar mehr fängt wäre es natürlich super aber abwarten Da ist der nächste bis also das wäre troffi aal mutter in meinem verständnis Wird aber keine sein Sondern da haben wir seeskorpion dran 1,9 kilo na also Schöne gute größe eigentlich Wenn man die so weiterhin fängt dann macht es auch schon was aus denke ich kann man die auch gut verkaufen Ich denke mal hier vorne ist dann schon zu seicht da geht nichts mehr ran Meistens scheint es auch so zu sein müssen bisschen weiter raus wieder Seit ich empfehle wahrscheinlich dann doch noch mal bei dem fischei ein bisschen umzusteigen dass man notfalls da was anderes schwereres dran nimmt Kann man zumindest noch mal ein ticken weiter raus werfen Yes Nächster seeskorpion 1 kilo 1,9 1,1 1,0 1,0 ok Gerne weiter in der gewichtsklasse gerne auch ein bisschen mehr Nächster es könnte vielleicht aal mutter wieder sein Das sieht auch aus wie aal mutter Ja Das sieht definitiv nach aal mutter aus Zumindest von der länge her Wow Ich glaube da kann man jetzt geht es jetzt sagen oder cool Ist wie damals da habe ich hier super drauf wie in dem hafen abschnitt gefangen Manchmal passieren so dinge Dafür nicht einmal krelen hecht in der zeit vorher nicht ein einziger Verrückte sachen gibt es manchmal naja Gut dann mal mit dir in den kescher würde ich sagen das ist ja eine nette überraschung Oh nicht so kann man so kann man mal loslegen Guck mal nicht ein einziger makrelen hecht und dann einfach troffi Wie damals auf mecke 3 mecke 3 ist der gelbe lustigerweise auf dem 4 0 haken Gut dass wir die noch nicht gewechselt haben Hat in dem fall zur troffi beigetragen Schön schön So überraschungen muss es halt auch ab und zu mal geben Freut mich Dafür gibt es jetzt wieder den klassischen seeskorpion Na gut soll mir recht sein solange am ende das silber stimmt ist das gar nicht verkehrt und die frequenz haben wir auf jeden fall jetzt 15 fische in 17 minuten Das geht auch klar denke ich Wie wärs immer mit linstwistern Und main versuchen wir es mal damit ja endlich mal wieder ein bisschen dorn hängt dran mit 2,3 kilo schön auf linz twister auf welchen ins twister 09 09 auf den hier auf den weiß silbrigen anscheinend zwei kurbelumdrehungen auf 50 gehen dafür dann gibt es auch wieder jack führung rein jawohl nächster dornhai 700 gramm nanu auf den linz twister 2 sagen sie mir doch lieber was sie da dran hängen haben mensch ich habe doch auch nur 36 kilo vorfahren seien sie bitte nichts zu hart zu mischen ach gottchen echt jetzt ein köhler mir bleibt heute wieder nichts erspart ich sehe da schon vor allem 3,9 was mache ich denn wenn da sechs kilo dran hängen oder zehn ach du schande geht schon direkt weiter hier mit die fischies wieder in den tiefen graben runter geschmissen war wohl besser die idee nächster dornhai starker biss vielleicht sollte ich doch lieber auf 60 kilo hochgehen vielleicht sollten wir doch lieber auf 60 kilo dann hochgehen noch ein köhler lass uns mal lieber 60 kilo machen das geht ein bisschen leichter dann denke ich raus mit der schnur auf ein neues aber ja wir sind hier wieder an der kante das merkt man wieder das sinkt langsam und stetig ab während es in grund nähe sich befindet ist eigentlich der perfekte zeitpunkt um einfach abzuwarten bis das ding komplett unten angekommen ist denn auf der strecke dahin erstens ist sehr langsam unterwegs mit allen ködern die dranhängen dadurch können natürlich die fische dann beißen was wir immer mit berücksichtigen müssen ist dass da diese kante halt leider auch zu unserem nachteil gereicht denn sie wird immer wieder dazu beitragen dass das einholen erschwert wird das heißt man sollte sich natürlich vorab gut überlegen ob man das hier machen möchte aber ich sag mal so da sind dornhaie da sind auch ein paar köhler ich denke mal da ist die frequenz gerade ein bisschen besser als im umliegenden flachwasser deswegen probieren wir es einfach da wieder aus ok wir haben wieder was ok da macht sich etwas schwer jetzt geht es leichter ist auch krass ne so nah am hafen und doch so weit draußen wieder gefühlt weil man da doch 60 meter zurücklegen muss mal gespannt was da letztendlich dranhängt wie gesagt ich glaube ganz einfach dass die kante natürlich mit einfluss nimmt hier auf das schwierige einkurbeln wenn da also was größeres mal dran ist kann das auch gut und gerne mal probleme verursachen schon ganz schön schwerfällig ne der kollege hat sich jetzt schwer gemacht und am ende was hängt dran ist hier nur noch 10 meter denkt garantiert an der kante deswegen macht also widerstand was ist es ich sehe es noch nicht ein lump hängt am ende dran na guck an guck dir das an da kommt ein lump gar nicht mal so klein der kandidat hier 16,2 da hat nicht mehr viel so drauf wie gefehlt tatsächlich leute 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 ok also 16 kilo lump auf dem linz twister 8 ist auch mal nicht schlecht der ist dann auf diesen hier eingestiegen was ist das hier so sieht fast ein bisschen rötlich hier oben aus ok braun orange grün kennt mir ein paar farben und ich sage ja so da geht es weiter deutlich weniger widerstand diesmal vielleicht mit ein bisschen glück ein kleiner dornhai ich werde auf jeden fall mal gerade die übersetzung wieder zurückschrauben dadurch sind wir ein bisschen schneller mit dem aufkurbeln ja eigentlich gar nicht mal schlecht ne wir stehen direkt im hafen und haben hier auch schon gute büsse linds twister leute das ist ganz interessant was ich hier sehe und da kommt aber ein seaskorpion in dem fall mit 1,3 kilo auch gut ein köhler hängt dran na dann komm mal her 8 kilo aber immerhin schönes ding schönes ding du da ist schon der nächste bist wieder an der angel geht gut also hätte nicht gedacht dass das hier in dieser mulde so ganz ordentlich anläuft das war immer ein bisschen blöd wegen der kante aber ganz ehrlich dafür sind die fische ordentlich und wir geben kein ticket aus und da kommt der nächste dornhai mit fast zwei kilo hoch das ist doch wunderbar mensch linds twister und der dornhai ist da klasse gefällt mir richtig gut gerade dann komm mal her mein freund 10,8 kilo also lumpis scheinen da unten drin zu sitzen und zwar gar nicht mal so schlecht wenn ich hier gucke 16 zu 10 das ist schon nicht verkehrt vielleicht ist ja sogar noch was über 18 kilo da drin und wartet auf uns beziehungsweise unseren köhler das wäre natürlich ein träumchen hey da hängt ein steinkühler dran sieht auch nach einer schönen größe aus wenn ich so mal raten müsste drei vier kilo ja schönes ding sehr cool so wir haben jetzt unsere knapp anderthalb stunden ich will erstmal schauen was jetzt von stegseite und hier vorne zusammen gekommen ist also da vorne auf den auf dem stein plateau haben wir gestanden beziehungsweise dann da hinten durch auf dem steg steg hat auf jeden fall lohnt sich gezeigt mit der trophy kurz gucken was das kaffee sagt kaffee sagt da haben wir nichts von hier reicht der seeskorpion leider nicht aus aber das wäre wenn dann mit sechs seeskorpion in dem gewichtsbereich schon ordentlich nein nein aber anderthalb stunden wir gucken mal was sagen die preise 90 silber gibt die makrillenhecht trophy 16 kilo der lump den wir vorne an der tiefstelle gefangen haben die dornhaie 40 und 48 die aal mutter 43 also das ist echt mega die war der erste fisch gewesen vor anderthalb stunden richtig gutes ergebnis 10 kilo lump 37 steinköhler 28 hier die köhler mit 37 und 8 kilo auch noch in guten gewichts und silber bereichen und selbst hier 16 silber für den seeskorpion auf anderthalb stunden hier 550 silber tatsächlich gar nicht mal so viel wenn ich das so zusammenfasse geteilt durch 1,5 sind wir gerade mal bei 366 aber es ist immer noch in ordnung also es geht auch schlechter dafür haben wir kein ticket gezogen dafür mussten wir nicht mit dem boot raus und war alles hier direkt im hafen gemacht finde ich ist in ordnung mal so Bis zum nächsten Mal.